schön dass wieder eingeschaltet hat freunde ja mein name ist dennis immer noch aus hamburg ja der gute ehrenbruder markt gebauer hat mir mal wieder ein paket zu kommen lassen und da war der duft von gebauer gebauer drin ihr wisst ja ich bin großer fan von seinen anderen dürften alle vier feier ich weiß stark hyper kite silage alles nice geile dürfte sind meine freude diese dürfte zu tragen und das sage ich nicht einfach so sondern weil ich bin auch ein ich liebe einfach extrem starke dürfte und da wird es einfach mal richtig gut rübergebracht in sein dürfen ob das jetzt eher teiger ist ob das jetzt orange flamingo wabbing king und auch berserker einfach nice dürfte und jetzt hier bei appointment hat er jetzt zukommen lassen geiler flakon richtig schön schwer und ob der gut ist erzähle ich euch gleich für alle neun die das erste mal hier sind bleibt hier abonniert meinen kanal und ja schaut die ganzen videos wenn ihr wirklich auch so eine hardcore parfüm fans seid freaks dann bleibt einfach hier weil ihr habt ihr genug zu schauen schaut gerne meinen ganzen playlist nach da gibt es ohne ende videos so bei appointment ja also es ist ein richtig gut schwerer flakon der mir optisch richtig gut gefällt und in einen guten sprühe hatten ziemlich lauten sprühe ja und zum duft ja ist auf jeden fall gut wieder am start ich will jetzt nicht sagen gleich auf die fresse aber er ist schon präsent ihr kennt das ja ich muss auch nicht glaube ich so viel erzählen jetzt über halbbarkeit und so aber der hat auch schon gut dampf das merkt man wenn man ihn auf spült und man muss eigentlich ich möchte das hier auch mal festhalten man muss beim markt sein dürften eigentlich nicht von silage und halbbarkeit reden weil mark selber darauf steht und er weiß schon auf was er achtet und so weiter und so fort auf jeden fall ist das ein frisch grün putriger blumiger duft so müsst ihr euch diesen duft vorstellen ich muss aber auch gestehen dass er mich an einen duft erinnert ich werde immer einblenden das müsste tom fort nur an der noire sein oder wie der heißt hat schon ähnlichkeiten das muss ich sagen nur dass er ein bisschen heller ist weil der ist schon schokolade ich hier ist keine schokolade drin also hier ist wirklich grüne noten frische noten putrige noten jasmin moschus feilchen so könnt euch diesen duft vorstellen also schon blumiger duft der oder den man definitiv gut im büro tragen kann wenn man im büro arbeitet auf geschäftsreise business aber den kann man auch man darf die anderen leute ja nicht raus lassen handwerker etc pp können diesen duft definitiv auch tragen auch wenn es eben ein frischer blumiger duft ist ich glaube dass der tom fort nicht als blumig eingestuft wird also ich war jetzt nicht so großer fan von diesen tom fort duft ihn finde ich definitiv besser weil er eben frischer ein bisschen grüner also das grüne schwingt so ein hintergrund mit und das hat habe ich beim tom fort ich fand auch für den preis und der qualität weil nur der noir oder wie heißt jetzt der wurde oder wird immer noch extrem gehypt also ich persönlich auch wenn der wirklich die dna so ein bisschen hat meiner meinung nach war ich nicht so ein fan von den tom fort weil die schokolade die da auch im background mitschwingt und so weiter ich fand das für einen tom fort zu der damaligen zeit ist schon ein bisschen her nicht so interessant weg und das finde ich hier besser wie gesagt man kann gut tragen hier ist kein gut drin gleich vorweg ja also im endeffekt ihr habt schon ein bisschen also es ist ein ich sagte ja frischer grüner putriger blumiger duft grundsätzlich blumig trotzdem so ein bisschen ein leichten orientalischen touch finde ich persönlich wie gesagt da ist keine schokolade drin und kann und so weiter aber ich finde einfach ist also ein bisschen angehaucht aber das ist ja auch klar das passt ja auch und wir kennen das ja mit mark und so weiter und sagen dieses orientalische finde ich schon auch wenn er blumig ist er hat wie gesagt die ähnlichkeiten dann könnt ihr euch ungefähr vorstellen welche richtung der geht aber ich finde dass er einfach besser zu tragen ist und ja allgemein besser auf der haut riecht durch das grüne ein bisschen da also meine frau hat dieses grüne jetzt nicht so gerochen ich nehme das schon war weil er ist auch so gelistet als frisch grüner putriger cremiger würde ich auch noch behaupten also es ist schon einiges vorhanden bei diesem duft und das gefällt mir also reizt sich gut in die andere reihen gehört jetzt nicht unbedingt dazu aber es ein gebauer duft und ich muss sagen auch der ist wieder gelungen und ja finde ich sehr sehr nice solltet ihr auf jeden fall mal ja testen ist immer schwierig weiß ich in seiner dürfte zu testen ist schwierig aber steht ja auch inzwischen glaube ich in einigen perfümerien also wenn ihr ihn sehen solltet definitiv mal testen und ihr solltet auch auf jeden fall mal seine passt ja jetzt nicht ganz hin aber seine saucen testen also ich will da jetzt kein extra video zu machen weil ich glaube das interessiert so und so die meisten nicht leider aber es ist interessant seine saucen oder seine soße die ich jetzt mal einblenden ist schon geil also gut scharf fruchtig tomatik richtig geil meine frau ist nicht scharf aber die so diese soße ist sie und das heißt schon was also auch sehr nice das andere sehr geil weil das wollte ich schon bei den berserker durfte ich das schon sagen seine soßen sind auch sehr geil weil ich bin auch ein fan von scharfen so scharfe essen deswegen ja wie gesagt bei ab heute man solltet ihr testen kommt gut kann man im endeffekt sogar das ganze jahr tag auch wenn er vielleicht im hochsommer bei 30 grad vielleicht trotz dieser blumigkeit und so weiter ein bisschen schwer sein könnte aber ich sage immer trag was ihr wollt und daher ist das latz oder latte oder wie auch immer man sagt egal auf jeden fall bei appointment von gebauer und gebauer solltet ihr testen also leute haut rein und bis zum nächsten mal